Seit lange ist Marmelena nichts anderes als ein ständiger Kampf um die Einhaltung eines Versprechens, das so alt ist, wie diese Lande hier. Wünscht ihr, sie zu treffen? Als ich noch ein Mädchen war, konnte ich der entsetzlichen Missbildung entkommen, die durch das Mirakel hervorgerufen wurde. Ein Mirakel, das die reine Reflexion des stillen Wassers eines Sees auserwählte, um eine Wahrheit zu offenbaren, die es für alle bereit hielt, die einen Blick hineinwarfen. Die alte Glocke, die vor Jahren aufgrund des Sees gesunken war, begann zu läuten, und das Wasser häuselte sich im Rhythmus ihres überwältigenden Klangs. Die Reflexion unserer Gesichter wurden nach und nach von unseren erschrockenen Blicken verzehrt. Und schließlich hielt das Mirakel dieses Werk, dieses entstellte Grauen, auf dem Wasser fest, als wäre es ein Fresco, das alles, was sich darin widerspiegelt, verschwinden lässt. Also, Fresco oder Fiasco, keine Ahnung. Als sie vorricht, betete ich meinen Blick auf den See und wurde von Weitem Zeuge des grausamen Geschehens. Gäser, hört ihr denn nicht? Wir sind in der Nähe einer der unglückseligen Gestalten des Mirakels, das sich danach sehnt, euch zu begegnen. Ja. Geil, sie begleitet uns im Kampf. Wo geht's hier lang? Bogende Staubwolken verkünden eure Ankunft. Die Steine haben so vieles weiter. Das hat gar nicht weiter. Egal. Läuvert nun? Bossfight? Ach du Schande. Okay. Wir machen uns beim Schweigen. Fynn, klick, klick. Du. 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 oh shit mach die damage, ich bin am arsch sag ich doch, der wischt mich auch noch die alte Fröte tiefmütterchen Frost hey 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 Schade, können wir noch nicht abdraiden. Gucken wir erst kurz zur anderen Seite, gut nix außer scheiß Magier. Klar, prima, danke. Ja. 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 Phase 2, Alter. Ja klar, da ist die unfair, Alter. Ja, da brauche ich schon einen kompletten Heal. Achei! Als ob die mich erwischt hat. Das war's für mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, klar werde ich getroffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, Mist. Alter, wie soll man den packen? Er ist gar nicht mal so ohne hier. Let's go. Das war's. Ja, da hast du mich gewischt. Wo ist es, da hast du. Das ist die Feinde. Ja, klar. Kurze Pause. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist unfair, die Attacke. Das ist unfair, die Attacke. Ach Mist, ich hab mich erwischen lassen, ich die Idiot. Shit Phase 2. Hatacke. Das ist unfair, die Attacke. Hab ich drin, Anna? Ja. Ja. Danke schön. Das brauchen wir jetzt. Ja, klar. Wichtig. Boah, jetzt schon Phase 2. Nein. Ich bin am Arsch. Aber wie schnell wir auf einmal in Phase 2 waren, oder Jack? Das ist schon krass, ein Schluck Kaffee. So, Großmütterchen, Großmeister schaffen wir jetzt. Ja. Noch mal Baden. Ach shit, das war ein Fehler von mir jetzt. Wichtig. Ich will meine Tränke jetzt nicht schon verschwenden. Ja. Muss ich gleich eh machen. Weil wir sind eh gleich in Phase 2. Weil wir sind eh gleich in Phase 2. gewesen. Gut stimmt hier jetzt auch. Shit. Gut stimmt. Gut stimmt. na gut so noch mal damage ausgeteilt egal wir werden aber immer besser kriegt das mit bieber moin danke schön mein lieber stammes bruder das packen wir jetzt oder jetzt wird gerockt ich liebe dieses spiel von anfang an das ist so geil holt es euch durch die safe so das war bitte nötig zack nein ich hab verkackt ja egal das war das war mein fail ja habe ich auch schon herausgefunden voll geil der perdi schlägt jetzt zu ich finde ich geil oh come on everybody ich habe keine mana keine mana wichtig wichtig ach wir beziehen unser manor von ihm da war ich dann ein bisschen los da kommt großmütterchen nice phase 2 müssen auf diese planeten hier aufpassen gebutzt das war fail gut jetzt kann ich mich ja schon mal healen ah shit richtig und richtig zack 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 schüt ja hat mich so gefesselt das spiel ist der hammer und der preis ist untertrieben für 34 euro für mich wäre es ein vollpreistitel bin ich ganz ehrlich für mich wäre es locker 70 euro wert das spiel locker wenn ich sogar noch mehr alleine schon vom artwork her dann noch von der lore richtig nice feierlich ja als ob du mich kriegst ich muss ja auch so ein pechblatt haben und gut danke für gar nichts sage ich doch danke für gar nichts halte mit dem bisschen muss ich jetzt ausfahren bis phase 2 als ob der mich erwischt der fisch ok all in geht nicht anders nein ich krieg von ihm auch noch die headbutt geile alter ich muss mich mal alter ich muss fuß verdreht alter ich muss auch nicht immer so sitzen wie so ein buddha moin willkommen im stream geiles spiel geiles spiel ey frisk och ja jetzt hab mein timing so schlechtes grad wartet was macht gar nix was macht gar nix was macht gar nix was mit Na, schmeckt's. Nein, oh Mann, ich bin so ein Bauer. Nein, ich bin so zwei. Wieder Planetariumstunde oder was? Zack. 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 Come on. Yes. Och, und ich bin so dämlich gerade. Aber richtig. Ich bin so zwei. da 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 Alter. I have not magic. Nein, als... Oh nein, das ist so bitter. Ach, nö. Geil, ey. Ich war so siegessicher und dann packt mich Karma, Alter. Bäm. Voll auf die Schnauze. Scheiße. Und ich wollte das gerade echt noch mit so wenig HP rocken. Ja gut, das war wichtig. Das hebe ich mir aus. Habe ich mir so vorgenommen. Habe ich mir so vorgenommen. Das war für ihn wichtiger Heap. Okay, Phase 2. Ach, ich bin so behindert. Ne, ich hätte das hier nehmen sollen. Egal, aber jetzt sind wir full magic. Shit. Un Doctor. Ich verstehe also meine Köpfca. Ich bleibe so überarms. Man kann auch nur noch mit Gaber auf den Knochen machen. Und ich customise es auch die anyways. Ist das nicht genug so. Nein, ich glaub's ja nicht, so ein Sackgesicht, egal, ich werde immer besser und dann kriegt auf die Schnauze, erst mal einen Schluck Kaffee, Grundvoraussetzung, das ist unsere Blutviole, oder unsere Gallenflasche, wie es jetzt der Fall zum Beispiel in dem Spiel ist. Hey, wo ist mein Fall? Ich werde hier noch gekloppt. Alter, ich hab's... Ach, hier, Alter, ich wollte gerade sagen, ich hab's ja eben noch gehabt. Ich mag den Boss. Richtig. Gut, das siegt mich nicht, ich hab erwischen lassen. Ah, ich liebe jetzt. Jetzt hab ich's aber richtig gemacht. Ist doch klar. Ich bin zu kiesig, im Moment. Geht gar nicht. Hier witzig. Ja. Hä? Als ob der mich gekriegt hat. Ist doch nicht sein Ernst. Jetzt reicht's. Jetzt gibt's Nägel mit Küppen. Mhm. Ja. Alter, korrekt. Der krieg jetzt Packung. Sag ich doch. Wir sind gleich Puzzle 2. Sehr nice. Ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja super. Na, ich bin ja. Ich bin ja super. Wie ist es? Das ist Das ist das. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht mit dir. Ich bin ja egal. Das war's. Ja. Du musst vorsichtig sein. Yes. Finish him. Sag doch, Alter, jetzt krieg ich das Arschloch. Boom und Trophäe. Boom und Trophäe. Be witness to this vigil before my final journey. Abgefahren. Werdet vor meiner letzten Reisezeuge dieser Vigil. Ich, Radames, habe im Laufe meines langen Lebens den Beichten so vieler belastender Herzen gelauscht. Und nach dem Tod konnte ich das Echo ihrer schwertmütigen Stimmen vernehmen, die um Erhöhung und Beichte flehten. Doch ihr Schmerz konnte mich nie zu Tränen rühren. Eiskalt. Eines dieser Echos dieser unablässigen Stimmen war die Stimme des Mirakels, die mir befahl, ihre heilige Gewissensqualt zu bewachen. Ich geholzte. Ich geholzte, woraufhin meine Tränen zu fließen begannen. Wüste, der ihr gekommen seid, um das Mirakel zu sehen, blicket auf. Ich habe ihn nicht geholfen. Ich habe ihn nicht geholfen. entrusted themselves in their desperation to the miracle a miracle whose light seems to have gone out in all our hearts for having long ceased to bathe us in its benevolent radiance we believed it the dying day already puts out its celestial light causing my eyelids to dream alter voll die leere tasse der sterbende tag er strömt bereits seit himmlischen licht und lässt meine augen glieder ermatten the miracle cast open its black gates so i might venture to wear that terrible dream from which one never wakes awaits will be des miracles seine schwarzen fronten öffnen damit ich mich dorthin wagen kann und nicht der schreckliche traum aus dem man nie erwacht erwartet krass alter wie geil ist das denn heilige gräber alter wie geil ist das denn ach was der erste teil des geburtszeugnisses wurde euch offenbart und die angesehene skulptur der erste teil des geburtszeugnisses wurde euch offenbart und die angesehen der skulptur des vaters ist herabgesprungen findet die anderen beiden wächter ok von da sind wir ja gekommen ok was geht hier ab Okverschasti Gone so wichtig vor so wichtig vor so wichtig hier muss ne Glocke sein, aber wo? das finden wir noch raus genauso wie hier